Heute Morgen bin ich mit traurigen Nachrichten da. Es sind die traurigen Nachrichten, die wir schon erwartet hatten. Mit großer Trauer informieren wir sie, dass der Papst Emeritus Benedikt XVI. heute Morgen um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist. Am Mittwoch, den 28.12. hat er am Nachmittag, nach der Heiligen Messe, noch die Krankensalbung bekommen. Die Trauerfeier wird kommenden Donnerstag, den 5. Januar, stattfinden, um 9.30 Uhr auf dem Petersplatz, geleitet von Papst Franziskus. Ab Montagmorgen wird der Leichnam des Papstes im Petersdom aufgebahrt werden, wo die Gläubigen hingehen können mit ihren Gebeten für ein letztes Treffen mit dem Papst Emeritus, um Abschied zu nehmen. Für ein letztes Treffen mit dem Papst Emeritus, um Abschied zu nehmen. Für ein letztes Treffen mit dem Papst Emeritus.